Nach Krebsdiagnose, Patrice Aminati genießt Zeit mit Familie. Gibt es einen Lichtblick? Patrice Aminati und der Moderator Daniel Aminati, 49, hatten sich 2018 kennen und lieben gelernt. 2022 heirateten die beiden Turteltauben und durften sich noch im selben Jahr über ihren ersten Nachwuchs, Töchterchen Charlie, freuen. Doch dann die Schockdiagnose. Bei Patrice wurde schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Seitdem geben die beiden ihren Fans ab und zu ein kleines Gesundheitsupdate über die sozialen Netzwerke. Nun teilt Patrice Einblicke in ihren ersten richtigen Spaziergang mit Daniel und Charlie. In ihrer Instagram-Story nimmt sie ihre Fans auf den ersten richtigen Spaziergang seit der Behandlung mit. Mit dabei, ein Kinderwagen und Rosinenbrötchen. Dabei sehen die beiden Turteltauben sehr glücklich aus und strahlen in die Kamera. Auch von dem anschließenden schlechten Wetter lässt sich das Ehepaar die Stimmung nicht verhageln. Während es regnet, setzen sich die beiden mit einer Tasse Kaffee unter einen Sonnenschirm. Wir machen es uns gemütlich, schreibt Patrice dazu. Währenddessen passe ihre Mutter auf Charlie auf. Auch Daniel postet zwei Schnappschüsse, die ihn und seine Frau in Sportbekleidung zeigen, während sie beide in die Linse lächeln. Diese untertitelt er mit Gestern Abend konnten wir mal wieder gemeinsam trainieren. Bewundernswert, wie meine Frau trotz dieser Krankheit und den kräftezehrenden letzten Wochen ihren Kampfgeist nicht verliert und dran bleibt. Bewundernswert, wie meine Frau trotz dieser Krankheit und die Frau trotz der Krankheit. Bewundernswert, wie meine Frau trotz dieser Krankheit und die Frau trotz der Krankheit.